Sein Smash ist einfach Smash. Danke. Ich trinke ein Glas Wurstwasser, wenn ich ins Video komme. Jetzt schick mir doch bitte die Beweisvideos auf Instagram. Liebe dann. Wer tut das nicht? Mit welchem Influencer würdest du am liebsten ein Video oder Short machen? Oh, da gibt's einige. Paluten, Maxi Fight, Julian Bam. Mach mal einen Enderman Sound, wäre voll witzig. Wie macht denn ein Enderman? Holy shit. Soll ich das nachmachen? Ich kann das nicht mehr. Ich bin raus.